So steht's in der Offenbarung. Das ist das sechste Siegel auf Tat. Und siehe, da ward... ...ein großes Erdbeben. Der Tag des jüngsten Gerichts. Racer Cultix? Ich rufe an wegen der Ereignisse in New York. Es gab keine Geistersichtung mehr seit 30 Jahren. Oh mein Gott. Was geht hier vor? Unser Großvater war ein Geisterjäger. Er wusste, dass etwas bevorstand. Ich glaube, wir öffnen das Tor zur Hölle. Hey, haben wir dir gefehlt? Nichts? Ich rufe an. Ich rufe an. Ich rufe an. Untertitelung des ZDF, 2020